Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Herzog, Herzi. Wenn einer das Thema Drogen im Bereich Deutschrap geprägt hat, dann ist es Herzog. Im März 2019 erschien mit OG mit Herz das letzte Album von Herzog. Jetzt steht mit Herzzi das fünfte Soloalbum des Berliners an. Herzzi beinhaltet zwölf Tracks. Features kommen von Frauenarzt, Kuba102 und Clubs The Main. Das Album kommt über Bombenprodukt und erscheint als CD, als Bundle, als Vinyl und auch als Box. King Orgasmus One Manifest. Scheich Manfred meldet sich zurück. Das letzte Album von Orgie, Welcome to the Hood, erschien im September 2018. Im August 2019 erschien dann noch das gemeinsame Kollabo-Album mit Frauenarzt Kings of Base. Jetzt steht das nächste Album der Berliner Legende an. Manifest kommt mit 13 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Mehmet Meth. Das Album kommt über Isle of Money Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Sucht Rastlos. Sucht ist ein Rapper, welcher gemeinsam mit Tarot schon mehrere Collabo-Projekte veröffentlicht hat. Im September 2019 erschien dann mit x-beliebig das letzte Album der beiden. Jetzt kommt Sucht mit seiner neuesten EP. Laut eigenen Angaben beschreibt Rastlos das Gefühl von Nicht-Ankommen, von nie die erhoffte Ruhe finden, von Orkanen schwallartig auftretender Neurosen, die zwischen Manie und tiefsten Ängsten entweder einen Funken Licht spenden oder dem Teil, der die Dunkelheit darstellt, ihr sattes Schwarz geben. Rastlos beinhaltet sieben Tracks, Features kommen unter anderem von Damien, Koleks und Tarot. Die EP kommt über No Return Records und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.